Willkommen zu einem neuen Part von Isaac. Und um es ein bisschen aufzulockern, knallen wir jetzt die Brains Challenge rein. Nervige Challenge, wird ein bisschen dauern. Da muss man sich, glaube ich, einfach ein bisschen Zeit für lassen. Die ist nicht so einfach. Man hat halt nur diese Gehirne, die Schaden machen können und eventuell ein paar Fliegen, wenn man einen Kackerhaufen kaputt macht, weil man ist Blue Baby. Ich weiß gar nicht, kriege ich selber Schaden, wenn die Dinger explodieren? Sollte ja eigentlich nicht, weil ich die... Ja, okay, ich kriege selber Schaden bei Explosionen. So, und wir müssen bis Blue Baby gehen. Was natürlich... Puh, ist... Das ist ein weiter, weiter Weg. Nehmen wir mal mit das Trinket. Könnte vielleicht ganz interessant sein. Vor allem, wenn wir später irgendwie... ...ein besseres Active Item bekommen. Boah, das ist halt dumm, dass ich selber Schaden durch die Explosionen kriege. Das ist halt wirklich nicht gut. Und die Hirne brauchen immer so ein bisschen, bis die losfliegen. Ja, cool. Stapler, wofür? Ja. Okay, den Kollegen brauche ich auch nicht. Balls of Steel Speed down Wow Balls of Steel HP down Okay, nice. Okay, das ist nicht nice. Das ist gar nicht nice. Aua. Ne, wir gehen nicht auf Devil Deals. Ich kann es mir nicht erlauben, Leben zu verlieren. Nice. Kriegen wir hin. Boah, der letzte Part, Leute, ne? Ihr müsst euch unbedingt den letzten Part angucken, wenn ihr einen... ...einen göttlichen Forgotten Run sehen wollt. Also der Run, der war wirklich... ...der war göttlich. Was ich damit Forgotten bekommen habe und... Boah. Das war der Hammer. Okay, wo muss ich lang? Ach, komm schon. Das wäre halt richtig broken, wenn ich irgendwo... ...irgendwie sowas wie Pyromaniac oder so finde. Dass ich einfach... ...keinen Schaden durch Explosionen mehr kriege. Ich glaube, dann wäre die Challenge richtig broken. Oh. Cool. Komm ich nicht dran. Secret Room? Da war ich schon, oder? Ich weiß nicht, wo ich langen muss. Hier war ich noch nicht. Nice. Ich habe auch den Shop von dieser Ebene noch nicht gefunden. Ich habe auch den Shop von dieser Ebene noch nicht gefunden. Ich habe auch den Shop von dieser Ebene noch nicht gefunden. Lauf mal durch die Grütze. Au. Shoppy Shop. Ah. Nee. 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 Komm mal her Lauf mal das grüne Zeug Dankeschön Squeezy Wenigstens ein paar Leben Was glaube ich auch cool wäre Wenn ich dieses Mit dieser Aura bekomme Im Angel Deal Was Gegnern in der Nähe Schaden Zufügt Ich glaube dann könnte ich Räume auch schon ungemein Schneller clearen Ohne diese Gehirne die ganze Zeit zu benutzen Das wäre glaube ich auch Mega gut Au Aaaaaah Fuck Das ist halt so räudig. Solche Räume sind in der Challenge so ätzend. Okay, cool. Habe ich jetzt meine drei Gehirne wieder? Jo. Hutz. Ähm. Er bringt mir eigentlich nichts, ne? Arcade-Room? Weiß ich ja nicht. Au. Weg mit dir, weg mit dir. Kann man eigentlich auch ohne Gehirn machen, den Raum? Aber die grüne Grütze macht halt auch nicht so viel Schaden, ne? Jo. Ich meine, das für die zwei Trinkets wäre eigentlich auch geil. Aber da habe ich kein Geld für. Nice. Angel deal. Angel deal. Oh, fuck. Das war nicht meine Absicht. Oh, fuck. Das war halt so gar nicht meine Absicht, dass ich da reinrinne. Okay, wenigstens habe ich noch mal ein paar Soulards zurückbekommen. Ich muss auch ehrlich sagen, das Item, was wir bekommen haben, nicht der heiße Scheiß, äh, gar nicht der heiße Scheiß. Oh, Alter, muss ich hier vorsichtig sein. Ja, komm, rennt mir mal hinterher. Okay, das könnte eigentlich cool sein, dass ich einen Begleiter bekomme. Der vielleicht für mich ein bisschen Schaden machen kann. Nice. Halo of Flies. Wer hat vielleicht ab und zu mal was ab? Hm. Bringt mir halt nix im Shop, war, glaube ich, nix Gutes mehr, ne? Ja gut, ich könnte da oben. Aber brauche ich den Rucksack jetzt noch? Wir haben eh nur noch einen Shop vor uns. Und was soll es im Shop schon geben? Was es wert ist, dass ich den Rucksack mitnehme? Komm schon. Nice. Okay, cool. Warte, wir warten mal eben, bis die Gehirne wieder da sind. Auf geht's. Und dann wollen wir gegen den Boss mal sterben. Wollen wir nicht mitnehmen? Okay. Wir haben es fast geschafft. Ist nicht mehr viel, was vor uns liegt. Einfach jetzt konzentriert bleiben. Und dann schaffen wir das. Foolkarte natürlich mitnehmen. Weil eventuell hat der Boss Rush noch irgendwas richtig Gutes für uns. Ja, ich komme hier nicht weg. Bullshit. Die haben mich halt voll eingekesselt. Wie hätte ich denn da abhauen sollen? Oh mein Gott. Boah, das ist so schön, dass wir wenigstens überall irgendwie Soul Hearts finden. Ah, Crooked Penny. Nee, nee. Machen wir nicht. Dann komme ich noch auf die Idee, Crooked Penny in dem Angel Deal, den ich vielleicht noch kriege, zu verwenden. Und dann dann sind die Angel Deal Items weg und ich habe gar nichts. Nee, das machen wir nicht. Komm, gib mir das Soul Heart und rein da. Okay, nice. Ja, ist okay. So, was hast du? Boah, das ist mega gut eigentlich. Das ist halt wirklich mega gut. Das kann mir noch so sehr helfen in Bosskämpfen. Ja, wenn ich jetzt wenigstens irgendwie noch ein Batterie-Item, ne? Boah, werde ich aber nicht mehr drankommen. An Batterie-Items werde ich nicht mehr drankommen. Ich muss halt wirklich gucken, dass das Item vor dem Bosskampf immer voll aufgeladen ist. Okay. Wir haben es fast geschafft. Wir haben eine der schlimmsten Challenges fast fertig. Oh, geh hier und schießt doch. Oh, mein Gott. Dankeschön. Okay, komm. Können die Körper vielleicht auch mal was machen? Das ist ein schrecklicher Raum. Das ist so ein schrecklicher Raum gerade. Okay, rein da. Ey, warum machen die Körper denn nix? Okay, zwei Ebenen haben wir jetzt noch. Oh, mein Gott. Okay, wenigstens zwei Sword Hearts bekommen. Wir sind fast durch mit der Challenge. Jetzt bloß nicht nachlassen. Bloß nicht die Konzentration verlieren. fuck. Und zack. Dankeschön. Ähm, wir gehen weiter runter, ja. Weg mit euch. Boom. Okay, easy. Okay, easy. Okay, ein Gehirn habe ich. Oh, mein fucking Gott. Geht weg. Ich glaube, die Challenge wäre auch um einiges schwieriger, wenn man nicht einfach alle Steine kaputt machen könnte, die im Weg sind. Okay. Ach, komm schon. Ich treff' ihn nicht. Ich treff' ihn nicht. Puh. Okay, wir sind auf dem Weg zum Boss. Wir sind auf jeden Fall auf dem Weg zum Boss. Okay, hier haben wir den Boss. Ja, komm, stirb. So. Oh, nochmal ein halbes Soul Heart. Äh, dankeschön. So, erstmal die. Okay, cool, cool, cool. Okay, cool, cool, cool. Ja, stirb. Du kannst auch an der grünen Grütze sterben. Boom. Oh, mein Gott. Ich hab' nichts, was Kontaktschaden macht. Okay. Wir haben's geschafft. Jetzt müssen wir nur noch die Kathedrale schaffen. Nur noch die Kathedrale. Fuck, das stimmt ja gar nicht. Kathedrale ist doch Isaac. Oh, mein Gott. Wir müssen danach noch weiter. Wir müssen die Chest auch noch machen. Oh, mein Gott. Wie dumm. Da hab' ich gar nicht dran gedacht. Wir sind doch jetzt erst bei Isaac. Hierne, antreten. So. Au. Kein Soul Heart. Dankeschön. Ich will hier raus. Uuuh. Chariot. Chariot, ja. Chariot könnte noch für den Isaac-Kampf ganz nützlich werden. So. Wenn wir dann den Isaac-Kampf irgendwann mal finden. In dieser riesigen Kathedrale hier. Uuh. Ja, das will ich haben. Komm, stirb. Oh, wie soll ich die Viecher denn treffen? Okay. Oh, mein Gott. Oh, da ist Isaac. Da ist Isaac. Ich glaub, ich hab' mich noch nie so gefreut, Isaac zu sehen. So, jetzt laden wir mal auf. Ein Hirn fehlt. Wo ist das andere Hirn? So, da sollte es doch. Jo. Weißt du was? Hier, komm. Okay, zweite Phase. Hm. Au. Komm, irgendwo in der Ecke. Karts. Nice. Puh. Okay. Äh. Äh. Hä? Hä? Keine Ahnung, ob Mark jetzt so die richtige Entscheidung war. Für den Kampf gegen Blue Baby vielleicht. Weil Blue Baby sich normalerweise nicht so durch die Gegend bewegt wie die anderen hier. Okay. Not Leave, oh mein Gott. Ich mache aber kein Kontakt Damage, ist das Problem. Okay, ich glaube ich habe kein Item, was irgendwie Kontakt Damage macht. So, ich darf mit Mark jetzt auch nicht verkacken. So, hier muss ich jetzt runter. Oh mein Gott. Not Leave. Achso, weil Mark die ganze Zeit Feuer hat, geht Not Leave nicht. Fuck. Okay, das ist schon ein bisschen räudig gerade. Komm, komm, bring ihn um, bring ihn um. Oh, ich habe schon gedacht, die Bombe erwischt mich. Okay, wir gehen hier rein. Und kämpfen gegen dreimal diese blöde Spinne. Ist natürlich sinnvoll und fair, mich dreimal gegen diese blöde Spinne kämpfen zu lassen. Was, was, Soul hat? So, jetzt noch der da. Und dann sind wir schon fast bei Blue Baby. Ich kann Blue Baby schon riechen, so nah sind wir. Dieser, dieser stinkende Gestank. Dieser Gestank. Dieser, dieser stinkende Gestank, der stinkt. Okay, komm, 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 komm. Triff ihn. Nice. So, Blue Baby. Wir haben Zeit für dich zu sterben. Hier, ne? Hier, ne? Komm, 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 komm. Nice, 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 yes. Oh, yes. Brains Challenge abgeschlossen. Nice. Jetzt haben wir nur noch ein paar Challenges. Und dann sind wir, wir sind fast mit den Challenges durch, ne? Oh man, geil. Okay, läuft wieder. Die letzten Parts waren so ein bisschen holperig, aber jetzt, jetzt läuft's wieder. Leute, seid beim nächsten Part auf jeden Fall wieder mit dabei. Mal schauen. Ich denke mal, wir machen nochmal mit Forgotten was. Weil, Forgotten ist ja fast fertig. Vielleicht Greedia Mode, vielleicht, vielleicht gehen wir zum Mother, Beast, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Aber, das sehen wir dann im nächsten Part. Also, schaltet auf jeden Fall wieder mit ein. Checkt die anderen Videos auf dem Kanal aus. Habt noch einen wunderschönen Tag. Und ich sag mal, bye bye. Bis zum nächsten Mal.